An diesem Wochenende findet in Famarama die Rätselbäume-Aktion statt. Kann man also wieder kaufen für die Farm, beziehungsweise auch für die Insel Bahamarama. Neu dabei hätten wir auch etwas, und zwar gibt es da für die Farm, schauen wir uns auch das vielleicht kurz an, mit den Rätselbäumen, Lotze. Genau, gibt es übrigens auch die Plus wieder zu kaufen, also am Rande gesagt, beziehungsweise Pakete, da sind die neuen Bäume fix dabei. Einzelkosten, die auf 5, beziehungsweise auf Bahamarama ist es der Dickbaum, die Gerätsbaum Bornholm, den haben wir eben hier. Und da hätten wir mit Vampy, XR und XXL, Vampy gibt es ja selber schon länger, jetzt eine XXL-Variante und ganz neu den Sandlholzbaum. Großartig, so sieht das Ding hier aus. Natürlich auch einige weitere, die man dabei erkattern kann. Und auf der Farm neu mit dabei hätten wir neben den Upgrades jetzt zum Sandhorn auch die Eistanne, die ist ziemlich geil, die hätte ich gerne. Und ja, passend zu dieser Rätselbaumaktion gibt es heute eine Ausbeute von meinen Stahlmeistern. Warum denn das Ganze eben hier liegt daran, ich hätte zwar gerne diese Eistanne, allerdings ich kaufe seit geraumer Zeit nun keine Rätselbäume mehr, beziehungsweise stelle auch nicht unter die hier, wo es heute diese spontane Ausbeute gibt, beziehungsweise ich hätte auch noch weitere Rätselbäume, da kommt dann auch irgendwann die Tage mal eine Ausbeute. Allerdings zu eben einigen Älteren, die eben alle aus Events sind, aus diversen Events, wo es diese ja glücklicherweise dann immer mal wieder gibt. Was ziemlich cool ist, dass man so viele auch, ja, ohne sie zu kaufen immer wieder kriegt. Vielen Dank, Big Boy, ich hoffe, das bleibt demnächst weiterhin so. Deswegen gibt es eine Ausbeute dazu, auf der Farm und auf Baham-Rama zu Rätselstellen. Ja, wie auch immer, hier hätten wir Rätselstall Jahre, lange Rede, kurzer Sinn, gucken wir einfach mal, was drin ist. Wir starten gekonnt mit einem Hühnerstall 2 Orange, alles klar. Dann geht es weiter mit einem Schnabeltierstall, okay. Hirsch wäre natürlich ziemlich geil oder auch Dachs. Ah, da haben wir einen Eisvogelstall, den habe ich auch noch nicht so oft tatsächlich. Weiter geht es mit einem Dachsbau, der ist natürlich ziemlich geil und ziemlich gut. Mein dritter, glaube ich, inzwischen tatsächlich schon. Schwan, da habe ich, habe ich einen Schwan, ich glaube schon, aber so viel habe ich davon nicht. Einen habe ich, sehr schön, jetzt habe ich tatsächlich erst mein zweiter. Dementsprechend ziemlich gut. Halleluja, oh mein Gott, oh mein Gott, was geht ab? Eine Biberburg 4 Pink, was ist los? Ich habe noch nie einen pinken Stall, deswegen, ich habe ich auch voll vergessen, ich wusste nicht mehr, dass man nicht da rauskriegen kann. Es gibt ja auch Pinke und ich kriege einen Biber 4 Pink. Wahnsinn, Wahnsinn. Eisvogel von mir aus, gerne noch einer, okay, Dachs, ist auch ziemlich gut. Und, noch ein Räufigesabgriff vom Pferdestall. Hammer, Hammer, wie viel Eisvogelstelle habe ich? Ach, das weiß ich natürlich nicht, auswendig, zwei, okay. Ich habe sogar noch einen ewig alten, wo ich den nur hießen, Stallmeister, aber den behalte ich mir auf. Schöne alte Erinnerungen. Ne, wenn ich mir auch sage, Wahnsinn. Man kann wirklich nur sagen, Hammer, geile Ausbeute, den Biberstall 4 Pink, ich werde bekloppt. Ich werde bekloppt. Geile Ausbeute. Aber das war es noch nicht. Es geht weiter auf der Insel mit Tickerätselstellen Granat. Das Nilpferd habe ich noch nicht, also den hoffe ich endlich mal zu ergattern. Ansonsten schauen wir mal Tiger, da freue ich mich auch immer wieder drüber. Ich bin gespannt und, ja, okay, so ein Pinkenstall, ich könnte doch da gerne, wenn man komme, ich habe keinen einzigen Pinken auf der Insel. Bekannsicherweise auf der Insel benötigen eben hier diese Rätselbäume und Stelle immer etwas länger, bis dann ein Gebtes herauskommt, warum auch immer. Es könnte jetzt ein langes Video werden, aber wir beginnen mit dem Tigergehege, das ist schon mal ziemlich geil. Ich mache natürlich zwei auf einmal, weil sonst dauert das Video tatsächlich wirklich ewig lange. Tiger, ziemlich geil. So, Nilpferd, komm, wo bist du? Wow, das ist auch ziemlich gut. Ein Pandagege, drei Rot, was ist heute los? Gemäldegehege, zwei Orange, ist natürlich ein klassischer Fall für die Mülltonne. Weg damit. Na gut, aber Pandagege, drei Rot, habe ich auch noch nicht. Auch ziemlich gut. Dann die nächsten beiden, da hätten wir ein Ameisenbärgehege. Da habe ich auch erst eins davon, glaube ich. Oder gar keins, ich weiß es gar nicht. Und Papageien Classic++. Ne, das muss ich jetzt tatsächlich nachgucken. Doch, einen habe ich, einen habe ich, Ameisenbärgehege. So. Nilpferd, komm, wo bist du? Wo bist du? Tiger. Und da ist es. Yes. Bam. Was ist heute los? Großartig. Dann der vorletzte. Es ist jetzt schon fantastisch aus, Britta. Da möchte ich mich auf keinen Fall beklagen. Hammergeil. Es geht noch mit einem Roten Pandagehege. Auch da habe ich noch nicht ewig viel von den Dingern. Ja, erst zwei. Und der letzte wird dann noch ein grüneter Abschluss von, höchstwahrscheinlich ein Upgrade-Gelb. Aber was soll's? Ne, es ist ein Upgrade-Orange. Ja. Okay. Na gut. Aber, was soll ich sagen? Ich kann nur sagen, Hammer, Hammer, geile Ausbeute. Nilpferd habe ich endlich gekriegt, habe ich noch nicht gehabt. Und Pandagehege, drei Rot. Zwei Tiger. Ameisen. Rote Pandagehege. Und natürlich das Ding hier. Biberburg 4. Gleich mal ein bisschen zum Futterangeben hier. Nicht, dass die mir hier gleich wieder vom Fleisch fallen die Dinger. Gut, wieder macht's ein. Ich bedanke mich für's Zuschauen von diesem Video. Hammer, geile Ausbeute. Wenn's so gut läuft, dann kommt die Tage vielleicht auch das Ausbeute von vielen, vielen Rätselbäumen. Auf Farmen gezeigt habe ich einige und auf Baham-Rama müssten auch noch ein paar rumliegen. Ja, 25. Freue ich mich drauf. Ihr vielleicht auch, wenn's euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.